Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück wir machen genau da weil du aufgehört haben mit den zwei Affen und wir reden nicht einfach lange die anderen zwei Idioten machen da schon mit ja ne ist klar du wirst wenn du Idiot erst mal auf hier Rettich gehen würdest damit wir den Gericht voll losrecken können also ich bin jetzt Sanitäter also wenn ihr Hilfe braucht schreit einfach san ich hab keine Ahnung was ich tun muss aber ich bin für euch da man da liegt was hier wird wo ich denke an ich bin immer noch auf Hauptmann und ich habe keine Schruppe mit kann euch nicht in Rücken schieben dann sollst du eventuell von der Front weg gehen ach was man nur der Sunny in der Front verletzen sie keine Teamkameraden aha die Statistiken Lügen also nicht äh kommen da immer unendlich viele oder kann man da auch oder hört das mal auf eventuell hört das auch irgendwann mal auf ja ich würde sagen bevor wir eventuell ne rennen wir einfach mal weiter mann boah Alter sag mal Eddie du hast mir grad nen Rücken geschossen das ist ja schon grad bewusst oder oder ach 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 Oh Gott. Während des Nachladens. Hallo, was erwartest du? Ja, dann helft. Und... Sieh ja! Ihr müsst den Techniker beschützen. Hier ist ein Techniker vonnöten. Koordinieren Sie Ihre Ausbildung? Ja, bla bla bla. Ja, er f... 16! 16! Sag mal, geht's noch? Freundbeschuss! Kai, ganz oben in der Liste. Ja, komm. Mit... 3 oder so. Ja, wahrscheinlich. Und? Trotzdem, schlimm genug? Okay, Neustart. Ich nehm keinen Sanitäter, ja? Ich brauch ne Schrotflinde bei der Menge. Ich brauch ne... ne fette Schrotflinde. Ja? Ey, Käse Wandschrank oder was? Was? Das Lappasch, du! Okay, gut. Warum? Ah, ja, okay. Ich mach mit. Sehr professionell in der Aufnahme. Schön, ja. So, wo war mein Schrotflinden-Heini? Der sieht gut aus. Die Waffe ist voll. Potten hässlich. Ich nehme es was anderes mit. Was ist das? Tesla-Kanone? Was ist das? Das ist das? Zini! Autogandschaden. Führung. Ich nehm den da. Also... Wir haben keinen Sanitäter, ne? Wer heilt, verliert, okay? Okay. Seid ihr bereit? So? Wo? Ja, muss ja, ne? Dann auf ein neues! Wo ist meine Schrotflinde, hier? Ne, geht schon wieder so direkt der Mist los. Oh scheiß, oh scheiß, oh scheiß, von dir ist weg. Okay. Oh Gott, wo seid ihr eigentlich, man? Ich wurde zurückgekriegt. Alter, ich bin in Schmider fast tot, man. Alter, auf harte... Hey, Leute, wenn man das so steht, bleibt richtig, wir rennen jetzt einfach durch. Ja, man. Hab ich erwähnt, ja. Das war's mit mir, glaube ich. Sia! Lauft, lauft! Ich leg sie ab. Ich renne da jetzt einfach irgendwo hin. Da muss ich ja für das Team-Optein. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin renne, aber auf mich wurde grad geschossen. Verdammt, hier rennen, hier rennen, hier rennen! Das war's. Alter, wie viele Leute sind da bei dir? Gut, dass wir den Techniker verloren haben. Ja, Mission wird neu gestartet in drei. Zwei. Zwei. Eins? Ne, hier, siehste, siehste, nehmt sie an Sanitäter mit, um ihre Einheit gesund zu halten. Äh, nö. Alter, ich bin... Ich will 30 IP erhalten. Äh, okay, ich bin... Nehmen wir das Sanitäter, man. Da müssen wir nur sagen, was ich zu tun habe, und dann kriegt man das schon hin. Instant halt. Ja, Kai, super. So war's wieder derjenige mit dem meisten Teambeschuss. Weil ich hinten war und hier vorne. Ich muss mich auf den Weg rechnen. Mh, klar. Ich würde aber sagen, wir rennen einfach direkt durch. Ich ignorieren den ganzen Mist einfach. Ja, und dann kommt wieder so eine Menge auf uns zu. Ja, und... Er macht nichts. Ich gebe schnell die Tür und ich speise erst mal drüber. Mal mit Kriegsplanbesprechung. Jeder geht kurz auf die Lette. Äh, ist was zum Mittag, geht noch schnell duschen und dann würde ich sagen, machen wir die Tür wieder auf. Ist das Lanzio, du bist zum Mittag, der kommt zu Lanzio. Ja, sicher. Spätes Mittag. Ja, eigentlich wären wir ja auch zu viert gewesen. Aber... Es muss ja einer unbedingt abspringen und... Nö. Ich habe was Besseres zu tun. Okay, also ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin eine... Eine sexy Dame. Ja. Was ist eure Aufgabe? Mich zu beschützen. Also wir probieren es nochmal auf schwer, ey. Wenn wir uns jetzt wieder verkacken, dann schalte ich wieder auf normal um. Ja. Nein. Seid ihr bereit? Nein. Ja. Also Eddie ist nicht bereit, das ist immer sehr gut. Einfach durchrennen, oder was? Ja, wir ziehen jetzt voll durch. Alles was vor uns liegt, nehmen wir mit. Ja, das nicht. Wer fährt dann wieder so weit zurück? Alter, ohne Scheiß. Ich renne schneller wie ihr alle, Mann. Ihr seid so langsam. Wer zum Hänger schießt schon wieder auf mich? Diesmal weiß es nicht. Ach, da müssen wir rein. Eddie, wo rennst du hin? Eddie, schweißt du das Ding? Kann man's verschweißen? Kann man's verschweißen? Kann man's verschweißen? Schweißt du das Ding? Ja, unten, 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 unten. Komm's, unten, unten. Komm's! Komm's! Ah! Ey, das mit unten, das hätte er ein bisschen früher sagen sollen, dass die unten auch... Ey, die kriegen gleich die Scheiß Tür auf, Mann. Oh, oh, die obere Tür geht's flöten, ne? Alter! Was ist für ne Menge! Umdruck! Hö, bitte! Weck, weg, weg, weg. Weck, weg. Ich hab ganz aufgebaut, ja! Perfekt. Ich habe ja, ich muss kurz, ja. Ja, ich muss kurz, ja. Ja, bei nicht. Wir versuchen das irgendwie hier zu regeln. Ja, ja. Geht durch, geht durch. Wo durch, Mann? Was schießen die da? Okay, ich hab das Geschwind einigermaßen gut verzieht. Ich würd sagen, wir gehen einfach weiter durch. Ja. Ich würd sagen, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ruhig gehen. Wo durch? Los, los, los. Durch die Tür und nicht, die wir reingekommen sind. Ach so. Ist jetzt? Wow, 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 ist Frau und Sunny, Frau und Sunny. Wo, wo bist du hier? Jo, jo, danke, danke. Wir müssen weiter. Unser Kollege, Mann. Nein, verdammt. Aber das geht ja echt zur Sache, Mann. Wohl lang? Ich renne jetzt einfach mal hoch, Mann. Geradeaus weiter, geradeaus weiter. Jetzt rechts, rechts, rechts. Wow, wow, wow. Was ist denn das hier für eine kranke Scheiße? Nein! Nein! Alter, ohne Scheiß, Mann. Das ist... Eddie, ich steig auch auf Techniker um. Das ist besser, wenn wir zwei Techniker haben. Ja, da können wir dann... Können wir eigentlich... Können wir ja... Können wir ja... Ja, weiß ich nicht. Ja, beide Türen direkt verschweißen. Ich hab die meisten Abschüsse und die meisten Teamabschuss. Alter, Jungs. Ey, wir müssen da... Für... Wir... Das ist das Ganze... Wir müssen da taktischer vorgehen. Das ist eine Herausforderung hier. Wir müssen da irgendwie taktischer vorgehen. Wenn der Raum nicht gelaufen ist und der Raum drin ist, knüpft sich die untere Sicherheitsstür zu und macht sie zu. Ich bin nur verdammter Sanitäter, Mann. Ja, dann läufst du in der Mitte. Kai vorne, du... Du in der Mitte und ich hinten. Lohnt sich die... Was ist denn das? Die... Das Schrotgewehr, lohnt sich das? Naja... Nein, gut. Lohnt sich die... Die... Die Doppelpistolen? Oder lieber das Sturmgewehr? Lieber das Sturmgewehr, dann hast du mehr Munition drauf, ne? Okay, also... Seid ihr bereit? Ready? Wir haben zwei Techniker, einen Sanitäter. Okay. Rennen. Und los. Abrollen und Projektilen auszuweichen, okay. Durch, durch, durch. Nicht rollen, wenn du wolltest, dann wirst du kurzzeitig ein bisschen langsamer. Hab ich schon gemerkt. Top Kai, da geht's nicht lang. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Eine zu früh abgebogen. Okay, ich geh unten lang. Ich geh unten durch die Tür. Aua, 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 aua... Wer schnitt... Hier muss zugeschmeißt werden, hier! Joaah! Hahaha! Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Gut, also... Freie ohne Scheiße, ich kann mich da mit dem Arschlecken, stattdessen auf eine Mal wiederum. Ja. Sind... Sind... Das hast noch drin, hast... Das hast noch drin, hast... Was hast noch drin, du hast extrem fein... Äh, Typisch aus dem, was hast du noch drin? Was hast du noch drin? Boah, keine Ahnung, man. Das stimmt alles abhängig, ne? Da gab's doch eins, was man rausnehmen konnte, da kommen dann nicht ganz so viele. Achso, das Sturm-Dingsbums da hab ich deaktiviert. Okay. Also, erstmal Option... Multiplayer... Nein. Ähm... Option... Ähm... Also, wie kann ich den Scheiß-Ding auch wieder aufs Ding stellen, Mann? Ja, Bereitschaft erzwingen. Ey, ohne Scheiß, wie kann ich das wieder auf Normal umstellen? Ja? Wie geht das? Das weiß ich nicht. Mission-Details. Ich bin einfach nur überlassen, die Folge einfach sausen, wir laden die nicht hoch. Schwer, nein. Boah, wir machen auf Brutale, ne, wir machen auf Normal wieder, hab's wieder eingestellt. Vorhin Beschuss hab ich regulär drin. Hardcore wieder. Ansturm deaktiviert. Die Folge wird hochgeladen, aber vom allerfeinsten wird die hochgeladen, das glaubst du aber. Noch läuft sie. Ja? Ja, läuft davon, wohin läuft sie denn? Ja, ich cutte die wahrscheinlich eh. Okay, also, wir haben jetzt auf Normal. Hardcore, also Teambeschuss Hardcore und sonst Ansturm ist, ne? Versteht ihr? Ja. Also, einfach, einfach durchrennen. Ja. Warum bin ich so langsam? Boah. Eddie, geh durch die Untertür, ne? Du nimmst die Oberstür. Alles klar. Ich warte vorher noch, bis Ben durch ist. Was war schon mal die Untertür? Ja. Ben, kommst du? Kommst du? Jaaaa. Schweißt du? Ja, konnte ich grad nicht. Ich halte da nur noch rein grad. Alles klar, ich bin noch verschweißen. Ich hecke das Ding mal hin. Ich hab kein Gefühl. Okay, dann stell' ich jetzt auf. Wir müssen doch eh gleich wieder raus, oder nicht? Ist egal. Ah, hier kommt. Ja, dann warten wir die eine Tür kaputt haben, welche geht zuerst kaputt. Die umrige zuerst kaputt. Ich drehe das... ...Geschütz. Boah, voll reinhalten jetzt. Alter, die sterben hier wie die Sau, Mann. Okay, Leute, äh... Aus. Ich bin schon draußen, Mann. Aber ich sterb gleich. Ich muss erstmal gleich Medi-Pack aufbauen. Ja, mach mal. Wenn wir an den Punktrand sind, baue ich jetzt auf, Mann. So Leute, jetzt wird tatsächlich. Hat wer alle Nadine oder so? Nein. Ich muss den Schweißgerät mitnehmen. Okay, weiter, weiter. Mal zu, dass Bedien fällt. Ja, hab schon. Wow. Jetzt kommt der Dicke, ne? Ja. Was für ein Dicke, Mann. Er hat so'n Schild. Wir müssen ihn von hinten abschießen. Was für ein Dicke? Der ist da, oder was? Der ist da, oder was? Ja. Scheiße. Ähm, kannst du ein Medi-Pack aufbauen? Boah, fuck, Mann. Ich bin ja gefangen, Mann, in der Ecke. Noch ein Medi? Ja, jetzt chill. Ich muss mich erstmal um die scheiß Video kümmern, dass wir hier wegkommen. Ich bin tot. Gut. Sie wurden im Einsatz getötet mit 8 FPS. Yay! Ist das für mich zu töten Pflicht, oder was? Doch nicht. Warum rennt man und bleiben dann da überhaupt stehen? Gute Frage. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. liśmymath Okay, dann dann Okay! Eddie., Eddie! ordk Realmeid Marsh & Matt Ihs Boris. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Das war es! Das war es! Das, das funktioniert nicht! Ich seh' das! Das sehe ich. Ich kann... ich kann da nicht hinschauen, Mann! es ist alles das lebt bei mir gerade übelst man ab abgab wir würden bei der hoffnung wir würden bei der hoffnung waren Ja, das war's mit dir Heidi, ich seh schon, komm, tot. Ja, mein Leben ist auch mega brutal! Also, wir spielen ist auf Schwierigkeitsstufe normal und wir kriegen's eben noch nicht gebacken. Manchmal nur schlecht. Ich glaub, der Teambeschuss, der macht einfach viel zu viel, äh, ach du Kacke. Nein, ich muss das machen lassen! Oh, ich kalt, ich mach jetzt hier mal kurz ein Ende machen. Aber ich hab' mich gut geschlagen! Ja, haste, wirklich! Mission fehlt mal wieder. Es kommen weitere Gegenden, wenn die Reiten nur langsam vorankommen. Ah ja. Also, es hört also nie auf. Ja, Teambeschuss. Aller, ich bin der Beste mit Teambeschuss. Oh, das hat wirklich, Alter, das hat mir noch nie gelobt. Aber ey, ihr müsst zugeben, ich halt mein Level konstant. Ja, dafür geht's wahrscheinlich auch nicht mehr. Ah, da ging's ja richtig ab, Alter. Von 37 bis auf 148 gehoben. Naja, aber ey, das Level muss man immer halten. Erstmal schön seine Freunde abballern und dann sterben. Ich hätt's ja fast geschafft, ich hätt's ja fast geschafft. Dreiviertel des Weges hat sich gepackt. Ja. Okay, Neustart. Also, auf jeden Fall, Freunde... Hast du auch, wenn ich abgebrochen bin? Nein, das mach' ich jetzt. Äh, also, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir voll verkackt haben, ne? Und, in der nächsten Folge packen wir's auf jeden Fall. Bis dahin, wir verabschieden uns. Ciao, ciao! 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 Vielen Dank.